Also beobachtet nie eure Freundinnen beim Duschen, Freunde. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Heute bei Fresh angezeugt spielen wir Proof X2 Die. Und erstmal müssen wir A drücken, um zu gucken, was passiert. New Game machen wir mal. Das Spiel sah recht interessant aus. Medium for Normal Human Reflexes. Xbox 360 Gamepad. Beziehungsweise wir haben das Logitech-Shill-Stream. Ihr werdet's jetzt auch selbst sehen, warum ich das interessant finde. Okay. Was war denn dieses scheiß Movie? Wer kommt da? Oh, ich hab X gedrückt. Er hat keinen X gedrückt. Nein. Er ist tot. Wie schnell ich das gedrückt habe. Matt! 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 Matt? Da unten noch jemand tot ist? Ich hasse es, wenn er gegen die Wand guckt. Ich glaube, hier passiert gleich was. Äh... Ich bin gut. Wie geht's? Hört sich nicht so an. Oh mein Gott! War es ein Twilight-Than? Ich habe ihm nicht gesagt, Team Jacob zu sein. Hä? Was ist hier los, ey? Oh oh, die kommt gleich von hinten oder so. Was ist das? Oh oh. Ich habe immer Angst bei solchen Sachen. Da muss irgendwas passieren. Tür auf und... Okay. Noch ist nichts passiert. Okay. Hier sind Leute, die kämpfen. Äh... Take his back, everyone. Wir klauen einfach das... Pfer... Ähm... In die Fresse. Oh, schneller, schneller, schneller! Ciao! Oh, schon über den Triebe. Was ist das für ein geiles Spiel, Freunde? Das ist einfach real life verbunden mit... Das ist echt cool. Okay, wo komme ich jetzt an? Das Beste ist, morgen auf Twitter... Oh, das war zu langsam. Fuck! Nein, Y! You died! Noooin! Oh, jetzt X auf einmal! You died! Noooin! Ah! Oh, geht doch, ey! Muss ich gegen die jetzt fighten? You're cute! Okay. Erfolgreich weggerannt. Aber das Beste ist... Morgen wird's das Spiel... ...auf Twitter von mir geben. Also, ich werde das auf Twitter... ...morgen raushauen. Einmal, jedoch nur. Also... ...solltet ihr auf jeden Fall... ...mir auf... ...aah, ha, ha... ...auch in der Videobeschreibung verlinkt... ...mein Twitter-Account. Ähm, falls ihr das Spiel dann... ...gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur... ...der Schnellste sein... ...und mir... ...als Schnellste schreiben... ...ja, ich will... ...Christina! Hi! Oh! Cool! Die rastet voll aus! Okay! Uh... I'm fine. I mean, one minute she's sitting there reading her Hunger Games Catching Firebook and the next thing I know she's lunging at me with a kitchen knife. I mean, I know she was really into Hunger Games, but that was ridiculous. Okay. I don't think that's it. It's the whole town. Everyone's going crazy. Like that shitty M. Night Shyamallion movie? Uh... Wasn't that the good one? Anyway, it's really dangerous outside. I died twice just getting here. And even your roommate just almost killed me. Wow, that's great. I'm gonna go take a shower. Cover me. But... But... What? I'm fine. Hehehe. ...darf man nicht mit duschen? Oh, god. Ooooh. Dym dym. Hehehe. Huh? Uff. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Hehehe. Okay. Hehehe. 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 Also, beobachtet nie eure Freundin beim Duschen, Freunde. Oha, was war... You're died. Ah, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Achso, man kann jetzt was anderes wählen. Die soll nicht duschen gehen. Wow, das ist großartig. Ich gehe und einen Shower nehmen. Kaufe mir. Aber... Aber... Es wird okay, einfach die Tür beobachten. Okay, das hätte ich vielleicht auch nicht sagen sollen. Oder? Ich musste ihr quasi zugucken. Ich habe gar keine Wahl. Hä? Oha... Alles ist voller Blut. Wie es da rausspritzt. Ich würde nur die Ketchupflaschen mal so spritzen. Okay, ich bin schon wieder tot. Also, ich muss das oberste Schreiber nehmen. Anyway, es ist wirklich gefährlich außerhalb. Ich habe nur noch zweimal hier getötet. Und sogar dein Freund hat mich fast fast getötet. Und dann hast du mich! Zwei Mal! Wow, das ist großartig. Ich gehe und einen Shower nehmen. Kaufe mir. Schon wieder. Ich will die noch tuschen gehen. Aber... Alle guten Dinge sind drei, oder was? Ich sollte die einfach nicht beobachten. Ich drücke jetzt einfach mal nichts. Mal gucken, was passiert. Okay, die duscht. Jetzt könnte ich eigentlich, oder? Komm! Gib mir die Option zum Drücken! Ah, ein cooler Clown. Die Torte. Okay. Ich würde auch sagen, wir haben jetzt erstmal... Hat der echt alles sauber gemacht? Ich glaube, das war nicht der beste Use meiner Zeit. Okay, also was ist der Plan? Ich würde mich aus der Stadt rauskommen. Okay, wie werden wir das tun? Ich habe ein Auto zurück in meinem Platz. Oh, warum hast du es hier dann? Äh, shit. Okay, wir gehen es raus. Okay, das Car... kriegen wir heute aber nicht mehr. Das holen wir in der nächsten Folge. Wenn es eine geben soll, lasst mal ein paar Videos oben da, wenn es euch gefallen hat. Auch, äh, über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Und wenn ihr nichts verpasst, ein Abo. Das war's für heute. Ähm, der Freundin sollte man beim Duschen zukommen. Das ist die Moral von dieser Folge. Ich verabschiede. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis dahin. Haut herein. Ciao! 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 Ciao!